270 Sendungen Natur im Garten, ja da hat sich vieles verändert in den letzten 20 Jahren. Vor 20 Jahren war das biologische Gärtnern eher ein Randthema. Heute, ja da ist es DAS Thema generell. Ohne Chemie, ohne Gift den Garten zu gestalten. Das Gemüse selbst zu ziehen. Ob am Balkon, auf der Terrasse oder im Garten. Und ich bin stolz darauf, ein Teil von dieser großen Bewegung zu sein. Mit meiner Sendung und mit den vielen Vorträgen. Viel Spaß weiterhin beim Brateln. Bis zum nächsten Mal.